moin moin willkommen zurück zu einem neuen video heute bin ich unterwegs mit effen in duos und ich habe eine lange zeit keine pubs mehr gespielt ihr habt ihr selbst auch in den streams gesehen falls ihr am start war eigentlich war der fokus die ganze zeit nur auf ranked und dann in den letzten zwei wochen habe ich mir gedacht komm spiel mal wieder ein bisschen pubs ein bisschen entspannt und es war eigentlich auch ganz cool aber ja ich weiß ich weiß also heute habe ich eine runde für euch ich weiß nicht was aus pubs geworden ist ist dass die zukunft von pubs keine ahnung es war so ein so ein unnötiges ende der final zone glaube ich sogar in dem gameplay in einem pubs game ich habe keine ahnung ist das ist könnt ihr ich weiß ich weiß nicht mehr was ich sagen würde ich habe keine ahnung was ich sagen soll sehen eure pubs genauso aus geht es da auch so oft in runde sechs rein oder ist das jetzt nur eine ausnahme gewesen ich weiß es einfach nicht mehr nichtsdestotrotz es war eigentlich eine ganz korrekte runde wir haben die wingman ausgepackt die rate ausgepackt wir sind mit effen und du unterwegs und ich wurde tatsächlich ganz gut in den rucksack genommen schaut euch auf jeden fall selbst an ich wünsche euch ganz viel spaß mit dem video schreibt mir in die kommentare wie eure pubs aussehen ob es jetzt wirklich nur eine ausnahme war oder ob es eigentlich der regel fall wird und das war es dann auch schon von mir ich wünsche euch ganz viel spaß wie gesagt wie immer wenn es euch gefallen hat vergesst nicht den kanal zu abonnieren vergesst auch ein like da zu lassen wenn es euch gar nicht gefallen hat lasst ein dislike da wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal vielleicht sogar schon heute abend im stream ich denke mal es geht ein bisschen weiter mit rank also falls ihr bock habt kommt gerne vorbei linken unten in der beschreibung ansonsten ein spannendes wochenende das kann mal passieren mein lieber nikki dauert immer ein bisschen ich habe fünf schaden ich habe die wraith gerade ekelhaft gefährdet ach du scheiße ein bisschen schlecht kann wer wegen wette wegen wette was denn muss man darüber gehen neue wette mache ich gleich auf jeden fall kurz ein bisschen zeit ich gehe rein der schmerz plan gegen werden also ok Okay, okay, okay Essen? Hast du nen Portal? Oh! Direkt im Geekner drin Oh, what the fuck, Alter? Blow Juuu Catching myself up Nice Lobo ist unter uns F**k F**k Nein Die heilen Oh Hinter der Scheibe Ja klar Niki, hör raus Merk 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 Weiß Welk war blau Hält sich nicht mal, okay Kannst du picken? Die Horizon hat keine Q gerade Ration Ration ist One Kannst pushen Oh Oh Die hat nen Silkslock geholt One Kannst du pushen? Hahahaha Außen im Wanderhaus Hier Vor meinem Gesicht, die finisht der zu blau Nice Alles Alles gut, alles gut Alles gut Alles gut Ich dachte Ich dachte, ich hätte die auch locker Hat er aber nicht Gibt's hier kein Ja Ja Aber Friedensstifter kann ich echt nicht spielen Hier oder was? Ja Warum? Oder generell nicht Da Fuck Die landet drauf Jo Ich komm rein zu dir Komm einen hoch, nur einen hoch So Ach du bist gar kein Postig mehr, ne? Naja Ich wurde, auf mir wurde gelandet Der ist über mir Der ist über mir Rundet auf die Welt Naja Wo ist die Welt hin? Ist ganz oben Wo ist die hin, Alter? Nach der Außen Nein, die ist Low Die ist One Also, kannst wirklich einfach reingehen Die hat mich gespit-feiert Rason fahren, Alter Was schlösch Ich war so haarscharf Der hätte fast eine Batte durch gehabt Und ich hab Alles verschossen Gehört Let's go, Alter Carrying fahren Hoffentlich nicht Ich geh meinen Phönix Ich hab fünf Wappen sonst Ah, ich hab zwei Ist gut Schreib nicht mal mehr jemanden im Chat Ach, alles gut, Niki Es dauert Auf dem Discord dauert es auf jeden Fall ewig Bis du irgendwer antwortet Aber das ist normal Ich schreib da auch nie oft rein Immer nur wenn ich irgendwas will Urlaub, Urlaub schließe ich mich an Kann uns auch noch direkt in den Gegner rein porten Immer ein guter Move Auch das ist immer ein guter Move Hier ist ne Watson Ah, da Da fuck war das denn für'n Sprung, Alter Ist das Watson Path? 100 auf die Lifeline Ach komm, als ob die ich weiter kriege Sieben Von da oben 36 Ich will ne Crabo Das ist das, wenn's hier Direkt alle Gegner auf uns ziehen Die Watson hat definitiv Angst Keine Crabo Digga Lass mal hier zu da Nee, ich glaub es war ne Rampart Lass doch mal hinterherrennen Oh nein, 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 nein Big Brain Plays Einmal hier außen rum Läuft ihr ins Gesicht Und wir werden nicht direkt gefördert 6 und 11 die könnte sogar solo sein bisschen asozial nicht auf jeden fall weggelaufen moin alexo wie geht es dir man sich direkt um die ecke 100 ungefähr 90 ich gebe mir eine bett und ich wieder ich dachte wir nur allein ich habe nicht gesehen dass sie zu zweit sind ein finisher du wichser 80 gute frau sie sind tot die hat kein heavy mac alter wer spielt wingman ohne heavy mac in der letzten saun doch hier im blau hast du schwere kann ich mit 20 haben oder dann gucken wir erstmal in die andere kiste du wixer oh gold ist heavy mac let's go wie viel schaden hast du 1.400 aber 6 kills oder ja ok 8 button ich verrate die wette mal nicht 1.400 8 8 9 8 8 9 10 9 9 10 11 10 10 10 11 11 10 11 12 ich weiß es nicht sehr nichts mehr er lenkt so vielen vielen dank für den reset man ja kommt zu mir das ist mein portal hallo darf ich bitte nachladen holte wenn du kannst ja nice gute ult gute ult gute ult ja 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 ich frage gar nicht wir würden schon wissen was du ich gehe noch mal eben nach leichter ich habe keine mehr 80 gefunden discord auf der place kann man nicht benutzen soll aber im frühjahr rauskommen ich sehe nichts ist das denn scheiß ernst da unten drin pimmelberger harter pimmelberger was ist das überhaupt für eine runde alter wir spielen pubs ich hätte noch 10 dauernd sollen das würde ich mein eigenes portal gegangen pimmel 90 was hinten auf ich suche noch mal nach schilder kommt wieder er ist natürlich gibt seine wiederholung das hier vorne halten einfach von dem charakter ist gut die wort 100 auf die 120 dahinter aber ich sehe nichts herunter schießen kann man nicht ich komme zurück sandman lovely sandman ist das ein algs finale oder was da los ja anscheinend älter wie es geht hier um kohle offenbar hier kann ich anschließen geht sie nicht auf wenn man dagegen schießt irgendwann mal gesagt und geht nicht auf der octane wird dumme scheiße bauen hast du ich gehe mal eben rein glaube ich nicht hinter egal was fokussiert ihr euch denn auf uns die primmerberger alter die runde ist ein witz offen ich brauche leicht und schwere wenn du was hast wenn von beiden seiten fokussiert was ist das für ein match wirklich jetzt mal digga ich hole uns deren sport offen ich habe deren sporten im vorn wenn du musst die andere swan zu räufen faktors verkürzt mir als ich 70 über die auf dem dach 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 abkürtteln wo Fn, Anita, Anita Wraith is one Wraith is one Q, die, spring auf die, spring auf die Die hat ne Bett, die hat ne Bett in der Hand Okay, die krieg die Bett durch Ja, deswegen sag ich ja Digga, wer spielt so, alter Was? Warum schießen die sich denn so rund ein? Unfassbar, die Runde pisst mich ja gerade übelst an Was war das denn? Oha Ja, GG